ok ich habe das jetzt mal als guten zeitpunkt genommen weil weil schon fünf leute jahren natürlichen krankheit oder so leiden und hier gerade mal schon sechs und die sind alle da drin ja dann ja alter wieso wir sollten vielleicht bald mal hier so was noch machen wohin wo ist denn dahin Influenza, oh oh oh, das ist mir wahrscheinlich gerade wichtiger als das andere. Denn hier scheint es mehreren gleich miserabel zu gehen. Oh nein! Ähm, wieso breite die sich überhaupt fortwenden, die doch im Krankenhaus sind? Geh du weg. Wieso? Das ist aber nicht sehr toll. Oh, komm schon, ich will die Influenza, zumindest ich will das, ich will die disease ausschalten. Noch drei, noch zwei, ja, komm schon, ihr schafft das, ihr schafft das, ihr schafft das. Oh Gott. Komm schon, ihr schafft das. Komm schon, ihr schafft das. Ha, ist nicht gut. Hm, schwankt gerade so zwischen zwei und fünf. Ah, zwischen eins und fünf. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ist gut. Ist noch ein bisschen gut. Auf jeden Fall, wie man sieht, ich habe bisher noch nicht so viel Eisen. Und deshalb war ich ja auch gerade damit beschäftigt, eine zweite Mine zu bauen. die dann nämlich hier steht. Und ja. Was musst du? Muss ich dich hauen? Geh zurück in deine Zelle. In dein Krankenhaus. Komm schon. Die könnten wir wieder weggehen. Ganz. Bitte. Ah, danke. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Okay. Ja, ich überspringe dann wieder mal ein bisschen. Und ähm, ja. Es hat sich was getan. Wir haben 78 Eisen. Dank einem haben dabei auch ein paar Stahltools getauscht, halt. Die haben wir bekommen. Bekumpen. Wo haben wir noch? Okay, das sind alle schon. Ja, ja. Gute Sache. Naja. Eigentlich nicht so, aber die werden wahrscheinlich länger halten. So, dass hier vielleicht wieder ein Gleichgewicht einigermaßen hinkommen kann. Ähm. Hier kann wieder einer. Warum auch immer zwei Farmer weg waren. Verstehe ich nicht. Ja, aber okay. Ähm. Ähm. Ja. Der bringt die echt hier hin. Ähm. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass hier der Taylor, äh, der, ja, Taylor. Immer doch. Ähm. Überhaupt nichts bringt. War zumal. Ähm. Ne, denn. Das kommt dann. Das kommt dann. Winnern. Winnern kommt da. Hier. Oder? Warte mal. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ne, 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 ne. Übrigens, falls man es nicht bemerkt, hier sind ein paar mehr Minenarbeiter drin. 12. Und was bringst du Schönes? Bitte, bitte Eisen oder Stalltools, das ist auch gut. Ähm. Dann trainen wir doch gleich. Und der kann verschwinden. Wir werden jetzt ein paar Stalltools haben, yeah. Ist das nicht schön. Mal hoffen, dass wir dann auch jetzt gleich, haben wir eigentlich, ne haben wir nicht. Okay, dass wir gleich dann auch wieder genug nach oben rein gehen. Und warum ist dieses Feld nicht? Ach egal. Irgendwie haben die anscheinend ab und zu gar keinen Bock. Aber wie viel Eisen die jetzt? 26. Uh. Die bringen doch schon etwas mehr. Und gleich haben wir keine Tool. Knappheit mehr. Wie gesagt, sorry. Ja. Tu Knappheit nicht mehr. Da. Hm. So, jetzt brauchen wir das da. Und... Können hier... Noch nicht. Ich glaube, das mache ich, wenn das da gebaut ist. Es ist noch... Oh nein. Und wie viel bringt der da? 8. Naja. Nicht so viel. Naja. Hm. Ansonsten, ich habe hier noch eine Seite, wo ich dann warte. Muss ich mal gucken. Passt... Ja. Hier würde einer noch hin passen, dann später mal. Hoffe ich, weil das... Ja. Ich hoffe, das... Hä? Warte. Wo bin ich? Wo bin ich? Da. Hat niemand gehört? Hat niemand gehört. Kapiert. Da. Weil die Atmen und die... Oh. Echt. Das wird noch be... Bepflanzt. Echt. Das macht aber nicht so viel Sinn, finde ich. Es war spät. So. Und jetzt können wir... Das da machen. Und jetzt arbeitet die da. Und ich finde, dass wir das hier lieber auf 100 stellen sollten, damit wir zwischendrin auch mal Eisen sammeln können. Und... Ja. Oh. Wir sollten bald mal... Ähm. Warte. Wo ist es denn? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Ja. Kann ja gebaut werden, wenn sie wollen. 49 Eisen bringen die. Dann ist eine Mine doch schon recht produktiv. Ja. Na ja. Da nicht so. Hier steht auch... einer. So. Dass ich auch sehe, dass die auch Fortschritt machen. die auch mit geht. Die auch. Das ist so. Und wie ist es? Wenn ich dann. Das ist so. Das ist so. Alles ist so. Und wie ist es? Jetzt ist die Frage, was soll ich denn da jetzt hin machen? Und ich frage mich, ob ich hier vielleicht einen Tunnel machen könnte. Nein. 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 Okay. Hier werde ich eine Kirsche. Ne, die hätte hier noch nicht mal Platz. Das habe ich schon. Einfach damit ich... So, ähm... Man sollte es schon anständig machen. Ähm, und dann kann man hier ja so einen kleinen Vehicle machen. Und einfach damit es... Hier irgendwas ist und nicht nur grün. Kann man es auch so machen. Und ist hier schon ein Krab? Nein. Ist zwar ein bisschen blöd, aber okay. Das wäre cool, wenn man hier so einen Weg rein machen könnte. Oh, Mann. Schau. Oder das wäre schon ein Weg drin. Ja. Ja. Also bald sind wir bei den 30 angekommen, dass beide... Minen voll sind. Und wie viel... Wie viel Prozent sind in der Minen noch? 86. Wieso Bohnen? Verstehe ich nicht. Aber okay. Was? Achso, ich habe eben Flamingo gelesen. Ja. 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 Und damit wir es haben. Es ist eigentlich nur sinnvoll, wenn das gegenüber von den zwei Dingern hier ist. Wenn die Minen voll sind, kann ich hiermit weitermachen. Es wäre cool, dass es, dass man das wegmachen könnte, wenn das auf 0% ist. Ich hoffe mal, dass es auch so ist. Ansonsten würde es ja blöd aussehen, wenn das die ganze Zeit da sein müsste. Und ich würde vielleicht denken, dass da irgendwie Dings ist. Das ist halt... Ja. Ging's. Einfach ein bisschen machen. Ein bisschen machen. Was hast du denn so schönes? Äh, nichts. Cool. Die brauchen auch Eisen. Na, natürlich. Ähm... Machen wir mal noch hier ein paar... So. Was? Nö. Das ist die Town Hall, die vielleicht irgendwann mal kommt. Der weiß... Er weiß... Vielen Dank.